biongiorno und bionocera wie ihr schon am titel lesen konntet hat mich an zuschauer beschenkt weil er gemerkt hat dass mein sound bei among us nicht ganz so perfekt ist und ja ich habe schon mal so einigermaßen geöffnet ich weiß selber nicht ganz genau was drin ist auf jeden fall etwas um den sound zu verbessern und ich mache jetzt mal per hand frei hand hier ein unboxing ich schmeiß mal kurz an die seite cool jetzt muss ich noch mal kurz ein schnitt reinsetzen ich mache mal kurz den schnitt so da ist er wieder da 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 ich jetzt brauche ich nicht so jetzt ich werde mal kurz musik ein was haben wir denn hier ja alles klar cool scheinbar ein mikrofon das kann ein bisschen schwierig auszupacken gleichzeitig die kamera einigermaßen still zu halten damit es nicht ganz so flimmer mäßig ist und eher flimmer freigehalten wird das hier alles eingepackt werden muss ich mit einer hand unboxing ist ein bisschen so wie man sieht schönes stativ vielen dank super sache kabellage hier schon das stativ runter ich werde bekloppt aber hier sieht man schon ich nehme mal kurz die linke hand ich bin der rechtssender so mega geil so was jetzt habe ich hier so ein so ein ja so ein schönes mikrofon mit dem nötigen kabel bis wir stellen vor und einem stativ jetzt kann ich also quasi in zukunft die am on us videos oder standard fluss was auch immer ich dann halt zu spiele kann ich dann ein bisschen besser so wird das ganze aussehen dann kann ich dann ein bisschen besser aufnehmen und ja geile geile sache also freut mich mega von herzen auf jeden fall geil jetzt wurde das video beendet weil der speicher voll war und die kamera ging nicht mehr ich musste eben noch mal neu starten aber ich habe schon mal in derzeit aufgebaut und wie man sieht hier dass hier ganz was fein ist also wird mir auf jeden fall bei den nächsten aufnahmen helfen und wie gesagt ich war gerade dabei mich zu bedanken ich sage vielen dank coole sache dankeschön auf jeden fall und in dem jene in dem jene sage schon in dem sinne arrivederci und mille grazie ciao ciao